Mit den Co-Location Services bietet Ihnen Hetzner Online eine Alternative zum klassischen Webhosting. In unseren Co-Location-Centern in Nürnberg und Falkenstein können Sie Ihre individuellen Systeme in separat gesicherten 19-Zoll-Racks unterbringen. Sie profitieren so von der erstklassigen Infrastruktur wie beispielsweise der unterbrechungsfreien Stromversorgung oder der schnellen Internetanbindung. Weitere hohe IT-Standards wie Brandfrühhörsterkennung, Videoüberwachung und einer 24-Stunden-Vor-Ort-Kundenbetreuung runden das Angebot ab. Kunden gelangen rund um die Uhr über eine transpondergesteuerte Sicherheitsschleuse in den Co-Location-Bereich. Besuchstermine können vorab in der Administrationsoberfläche eingegeben und Zutrittsberechtigungen festgelegt werden. Ihr Aufenthalt wird vom Betreten des Rechenzentrums bis zum Verlassen des Geländes protokolliert und die Daten im Webinterface zur Verfügung gestellt. Unsere Qualitäts-Racks bieten bis zu 47 Höhen-Einheiten und verfügen über maximal vier separate Stromkreise, die redundant über AB-Schienen ausgelegt und mit jeweils 10 Ampere belastbar sind. Die Strompreisabrechnung erfolgt individuell pro Rack. Bei Buchung eines Co-Location-Racks Advanced profitieren Sie zudem von unserer energieeffizienten Kaltgang-Einhausung. Eine strikte Trennung von Warm- und Kaltluftbereichen verhindert thermische Rückkopplungen und senkt somit den Energieverbrauch. Die kalte Luft wird durch einen Doppelboden in den geschlossenen Gang der Einhausung geleitet und durch die Racks nach außen in das Rechenzentrum abgegeben. Dank flexibler Systeme haben Sie die Möglichkeit, bei steigendem Bedarf größere Flächen anzumieten. Ab 20 Quadratmetern stellen wir Ihnen sogar komplette Cages zur Verfügung. Konzentrieren Sie sich auf Ihre IT-Hardware, wir auf die Infrastruktur. Vielen Dank.